ARD Text im Auftrag von Funk Der Bro macht jetzt mal hier, kommt in der Schlange. Im Schlange-Style? Nein! Mach mal! Schlange-Style das hier. Hallo Leute, wir spielen die Tour The Trials. Und ja, jetzt geht's los. Jetzt geht's los! Mit dabei, mit dabei! Äh... Hallo Leute! Hallo Leute! Ist das der Riesendarme? Der Riesendarme! Das ist der Riesendarme! Alarm! 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 Jeder kennt's! Jeder kennt's! Quatsch! Alarm! Warum liegt hier so viel Strom? Warum hast du ne Maske auf? Ja, dann ja! Lass mir doch einen! Was? Was? Das B-Version kenne ich! Was war denn jetzt los? Ich bin am Anfang direkt vom Kopf über 100 gefallen, ey! Was?! Was? Was? Die Lache! Alter! die lache ich noch richtig zu uns Du bist schon vor mir. Ja, jetzt war's aber schon. Wie kann man sich denn auf den ersten Meter... Auf den ersten Meter! Ist klar, oder? Ja! Nein! Alter! Du bist schlecht in diesem Spiel, Mann. Nein, laber dich, da gibt's kein Scheiße! 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 Noch 200 Punkte Vorsprung! Oh, Lola! Fuck! Junge, ich bin da hoch! Alter! Und dann wirst du wieder runter! Ey, mach doch nicht, Mann! Ich komm hier nicht hoch! Ich komm hier nicht hoch! Crash! Ich komm hier nicht hoch, aber ich komm hier nicht hoch! Alter! Ey, das geht nicht, das Hindernis! Das geht nicht mit der Pit Viper! So, das geht! Wie willst du DNF, damit keiner ins Ziel kommt? Ich hätt schon längst im Ziel sein können, Alter! Hätte, hätte, Darmentoilette! Müsse! Nein, komm! Ich war da oben! So schlecht! Ey, was lang! Das geht nicht! Ja, kämmt ihr da nochmal ein bisschen rum, das ist gut! Das schlimmer ist der Krasinius im Ziel, Alter, Mann! Und der Schlange ist jetzt auch noch... Der hat nur zwei Bäder! Ich krieg's kalt kurz nie an! Ihr seid ziemlich schlecht! Ah, die F! Ihr Noobs! Mr. Schlange! Toll, der Rotz! Oh, wer kriegt denn da DNF? Äh, gar keiner! Oh, wobei? Oh, der Despen? Oh, oh! Nein! Obwohl, doch, doch! EIN DNF-Spin! DESPIN kriegt den DNF! EIN DNF-Spin! EIN DNF-Spin! EIN DNF-Spin! Ja, klar! Nein! Wup, wup! Aber nur vier Fehler, Despen! Wichtige Punkte! Vielleicht hol ich's den Punkt mal! Was ein Scheiß! Ey, Bro! Ich mach's auch noch Punkte! Da kann ich den nur zustimmen! Ja, war scheiße, oder? Ja, war scheiße, oder? War richtig scheiß Map! Oh, äh, ich bin gerade rausgeflogen! Ja, oh, meine Verbindung wackelt gerade hier! Wir fangen genau an der Stelle wieder an! Wir nehmen jetzt den Märchen jetzt schon gefasst! Da warst du noch da! Jop! Prost! Wir kommen dabei! Schönen mal einen Gruß von zuhause, ey! Gruß aus der Küche, ey! Groß aus der Küche, ey! Ja, bläh! Ja, bläh! Bestimmt Bro dabei, ne! Ha! Der war ja auch richtig kreativ! Ich fand den kacke! Ich fand den gut! Ich fand den auch sehr gut! Ich glaub, der Bro fand den auch gut! Ah, nein! Ah, nein! Ah, nein! Ich will den Fessel! Alter, was ist das denn? Diese Drecks-Maps, wo du da abbremsen musst und so und Scheiß! Das ist die Sonne! Ah, nein! Boah! Ne, ich hab meine Sonnenbrille nicht dabei! Ach! Steh ich nicht! Ach! Den erklär ich dir! Weißt du, die Sonne, die blendet hier ein bisschen und deswegen wieder eine Sonnenbrille! Achso! Daher auch der Schnee! Jetzt ist der natürlich lustig, Lars! Daher auch der Schnee! Boah! Alter! Was ist denn los, Eidespin? Was ist denn los, Eidespin? Was ist denn los, Junge? Guck mal, direkt wie der Robert ist vorne! Was ist denn los, Eidespin? Ja, hallo! 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 Direkt zeigen, wer der Babu ist hier! Du nicht! Und das schießt man sich nicht rein, da ist man wieder nett und dann kommt dann Cresigno! Cresigno hast du nicht reingeschossen? Es war vollkommen egal, ob ich reingeschossen oder reingefahren wäre! Ja, aber mal ohne Cresigno, bist du schon ein einziges Mal in der gesamten Tour einmal in Ziel gefahren? Ganz ehrlich? Muss ich mal kurz überlegen! Guck meine Videos! Ich weiß es selber nicht! Ja doch! Auf L8 habe ich mich auch reingeschossen! Guck mal, da habe ich den Gigapunkt D geklaut! Super gemacht von mir! Ganz toll, Lars! Und der Brotzen den F-Krieg ist ganz schlecht für den! Guck mal, nur drei Fehler, der Lars! Ja! Wie wäre das? Ich bin auf einem Foto und habe das aufgelandet! Desvin, easy skin für dich, ne? Also von Fössl? Ich meine... Ja! Halbe Skin kriege ich! So! Halbe Skin kriege ich! Ja! Ja! Ja, ich so! Jetzt habt ihr untereinander gewettet, dass Fössl... Fössl nicht vor den Krieger kommt! Ja, du hast gesagt, dass Fössl nicht vor den Krieger kommt und Fössl war sich... Ja! Ist ja total in der Tour, easy game! Ja! Man muss ganz ehrlich sagen... Ganz schön warm, ne? Man muss ganz ehrlich sagen... Ich habe dich mit Fössl vorher abgesprochen... Ja! Weil wir haben gesagt... Ähm... In Flächenstelle! Lars wird... Deine Scheiße! Also... War du mal ganz schlecht! Der, äh... Robert... Wird halt mit... Halt an die Fresse, du Missgeburt! Der Bro wird mit dem Robert fahren... Ne... Meine... Meine Fresse... Und, äh... Ja... Ich werde einfach mit dem Fössl komplett das Feld holen! Ja, richtig! Nein! Das ist natürlich... Total durchdacht hier... Äh... Fütter! Ich... Frag mich mal, wie ich abgehen werde, ey! Mein Gott, ey! Komm an der Call! Ich hasse! Alter! Ob ich behindert bin? Ah, ey! Tschüss! Tschüss! Yo, Alter! Ich hüpfe da die ganze Zeit weit, ey! Jetzt habe ich meine Strategie erklärt... Boah, nein! Und direkt der Cresigno meint direkt an hier... Ja... Ist klar, Cresigno, ne? Ist schon ein bisschen Hurensohn, ne? Ich bin ein richtiger Idiot, ne? Ich bin ein richtiger Idiot, ne? Ich bin ein bisschen Wichser, ne? Ja, genau! Ich bin ein bisschen... Ich bin ein richtiger Idiot, ne? Finde ich... Barre 4 Pro? Was willst du? Hä? Schlange, hä? Kann ich nicht hören! Mann! Warum nicht? Du bist zu weit hinten, ach so, ja! Mann, ey! Ist das eine Runs-Map, ey! Aber richtig! Aber richtig! Die hat richtig... Boah! Gelitten, sagst du? Ja, genau! Ich glaube, der Mitarbeiter arbeitet nicht mehr bei Ubisoft... Nee, macht der echt nicht mehr! Ja, schieß dich! Äh! Hey! Warum rutsch ich denn da runter? Ist doch... Warum rutsch ich denn da runter? Wird checkt! Okay! Komm, Schlange erschießen! Die Ruten müssen nicht wieder reinschießen! Schlange im richtigen Ring erschießen! Oder so! Oh Gott! So! Das sind wichtige Punkte auf'n Cresignokrieger! Ja, wahnsinnig wichtige Punkte! Komm, als ob kriegst du den nicht mehr, oder was? Nee! Der hat 180... 180... Nein! 180?! Was nicht?! Ja! Wo hast du denn die, Herr Cresignok? Hä?! Was denn du Idiot?! Wer hat das schon kassen? Was?! Loll! Ich bin vor dich reingekommen und jetzt aber mal durch! Vor dich! Vor dich! Vor dich! Vor dich! Vor dich! Ja, ich bin vor dich gesprungen! Ja, ja, ja! Da hat er kurz angezeigt, ich bin drin und dann aber mal nicht... Ja! Schiebung hier! Schiebung! Nee! Komm! Leg mir das Wutkissen schon mal hier hin! Das Wutkissen! Das Wutkissen! Wer kennt das Wutkissen! Ich geh mal essen! Wutkissen! Wutkissen! Scheiße! Ich geh mal weit! Lass euch! Robert, richtig gut! Robert, schwicht auf den dritten Person mit sich! Rand, jetzt wird's ruhig! Ja! Ja, da muss man dann auch mal... Mikro kaputt! Alles klar! Hört ihr mich? Ja! Halt's Baul jetzt! Arschloch, Alter! Ich hab auch noch rübergekommen! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! ... Ah! Ah! Ich bin der Fösser! Leck mich! Nein! Lalalalalalalala! Lalalalalala! Ich bin der Fösser! Ah! das gibt es noch nicht mit der stelle die probleme ich bin weiß dass das problem ist ich bin einfach zu lange nicht mehr gefahren ich habe die aber auf platin gemacht und dachte mir kommt ja gott ihr noch platin hochnäsig darüber nicht alles in ordnung krisinio hat die auch ein bisschen ne ich hab die gar nicht ich hab die gar nicht kann die nicht hier ja das kann doch nicht sein leider nein leider gar nicht leider nein leider gar nicht so ein zufall wenn ich meine fresse ich komme hier nicht hoch ist denn da so ruhig der krieger was soll hat ich komme nicht weiter ich hänge gerade fest guck mal hier dem ich kann nicht zugucken doch die die scheiß punkte du arschloch wo ist der krisinio ich habe mir hier noch von den zuschauern da wo ich auch habe ich die zweimal raule mein markt noch 160 punkte was dann los was für 160 punkte bleib mal entspannt das ist noch viel zu viel punkte viel zu wenig strecken mach mach doch einfach der krisinio den darfst du nicht der problem ist der krisinio macht auf den kleinen maps wo ich viele dumme fehler mache ja macht er viele punkte da macht er viele punkte er sagt das finde ich auch eine sehr gute taktik ja genau wollte gerade sagen das ist so eine schlange ist taktik eigentlich oder ja aber und schlange ist nämlich auch noch vor mir das ist das problem schlange ist vor dir nein auf den kleinen behinderten aber auch drüber brüllen robert ich dachte schon an das kann doch gar nicht sein richtiger idiot wow fessel dnf cool ich krasse nicht heute so habe ich die passende auch nicht gemacht aber wieso kannst du dem zuschauen danke für meinen skill ja mann halt cool so die runde läuft richtig also es sind 14 punkte zum krisinio das ist die scheiße ja das glaube ich jetzt hier noch ich glaube ich habe ich glaube ich habe auch die falsche mit nein ich nicht ich habe auch die viper ja und ich weiß welche maschine hier richtig abgeht welche aha nicht die viper der krisinio der fahrer ist noch nicht mal jetzt wer fliegt da rein der alte treuer was hast du denn da warst du dass er dich gar nicht geschossen hat du opfer alter du bist so ein scheiß spasti und ich hatte sich gedacht da kann ich mich in der rutsche schießen tack diese scheiß stämme hier mein gott ey und ich mache hier 15.000 wixfehler das kann doch nicht wahr sein ich hatte die strecke so der maßen alter hier kommen alter eigentlich hätte ich mit der ja super groß maps alter ja gratulatoren ja krieg aber wieder auf dem brettchen ich weiß gar nicht mehr wie das aussah das ist die biene gewesen ich sag das euch ich sag euch nee wir müssen nochmal aufnehmen ich wohnt hier sehr gut vorm fessel das ist die biene gewesen ja klar ja bei mir ist der auch eine biene die rohre und da auch wenn er hat er aufmerksam ist er hat er aber da ist das nicht mehr auswählen können noch nicht für mich ja aber ein Schaum bis heute macht gut wenn man auch nicht die abmoderation machen was er bei kann aber mein kanal auch ich bin in der in der da was aber nur eine reihe ist ein abonnier abonniert mich alle